Yo Leute, was geht? Willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, liegt hier mein Black Butler Band 1. Das liegt aber nur daran, weil ich mir noch Black Butler Bände geholt habe. Das war eigentlich nicht geplant erstmal, aber ich gucke immer so aktiv auf Ebay, was es so gibt. Also ob man irgendwelche gute Angebote so findet. Und dann habe ich gesehen, dass es ein richtig gutes Black Butler Angebot gibt. Dann habe ich mir ein paar Bände gekauft. Das Problem ist, ich habe mir Band 2, 3, 4, 5, 6 und Band 7 gekauft. Das Problem aber ist, Band 1 habe ich ja wie ihr sehen könnt hier doppelt. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil ich habe gesehen, dass ich die 100 Abonnenten erreicht habe. Danke dafür, es ging echt schnell. Also ich fand das echt krass. Und ich wollte ein 100 Abonnenten-Special machen, also sowieso irgendwie. Und mir ist die ganze Zeit nichts eingefallen. Und jetzt passt es eigentlich perfekt, dass ich ein Band Black Butler verlosen kann. Also Band 1. Ich weiß jetzt noch nicht, welcher davon welcher ist. Ich glaube das ist der hier. Wie ihr sehen könnt, der ist ein bisschen kaputt. Das war aber auch schon angegeben und deswegen waren die wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger. Aber die anderen sind echt in einer guten, also die haben halt nichts besonderes so. Sieht echt ganz gut aus. Da hier dieser Knick ist, also der ist ja immer noch ganz normal, also man kann ganz normal lesen. Ist ja jetzt nur hinten. Und ich glaube hier beim Buchrücken ist auch alles voll okay so. Also so kann man sich immer noch gut irgendwo hinstellen, wenn man Bock hat. Ja wie gesagt, ich will den auf jeden Fall verlosen. Und alles was ihr dafür tun müsst, ist halt hier dem Video einen Daumen nach oben zu geben, zu abonnieren. Das kann ich übrigens beides sehen. Also nicht schummeln, falls ihr mitmachen möchtet. Und dann irgendwie eine Sache davon nicht erfüllt habt, kann ich das ja sehen. Und dann seid ihr automatisch dann disqualifiziert und ich suche einen anderen aus. Deswegen auf jeden Fall beides machen. Und in den Kommentaren einfach Hashtag BlackButler einschreiben. Ist egal wie. Am besten irgendwie beide Bs groß oder so. Keine Ahnung. Aber könnt euch auch so. Und dann suche ich einfach zufällig in den Kommentaren. Nach circa eine Woche oder nach 5 Tagen eher einen Gewinner aus. Und dann würde ich sagen, was ist von dem Video. Ich zeige euch nochmal kurz die ganzen Wände. Ich habe 3 vergessen. Sieht eigentlich ganz cool aus, so vom Look her. Hier noch 5. Ich werde die auf jeden Fall bald lesen. Aber ich weiß nicht genau, ob ich alle schaffe zu lesen, bevor ich meine große Manga-Bestellung vom letzten Video da tätige. Weil ich werde die schon sehr bald kaufen. Und dann kommt ein großes Video noch von mir. Und dann würde ich sagen, macht alle fleißig mit. Ich werde das wahrscheinlich wie gesagt in 5 Tagen circa auflösen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.